Eeejo Nidlianen Blöde Mini-Lags Also wenn das Spiel stoppt, nein nicht damit Was nicht allzu selten ist Ust Ich guck ihm nach Jo machst du das? Ja Von Man-Eater Aha Also ist Drop Na super Na ob das nicht so super ist Das hab ich auch nicht unbedingt ernst gemeint mit dem Super, ne? Ich weiß Ja 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 Hm Boah Die Roseneise sammeln, das ist richtig ätzend Das geht noch finde ich Ja 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 Boah Ich weiß nicht ob die noch mal etwas droppen können Zu wissen Boah Ja Ja Aber ich glaub das wird ein bisschen dauern Bis das so auswächst Ja Ja Ich brauche Dann geh ich jetzt erstmal Man-Eaters-Farm Ich hab ja auch wieder einen Na ich auch Ja 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 Es ist einfach zu geil Hm Blöde selbstsüchtigen Man-Hater Echt Apropos selbstsüchtig Hi to Hi Hi Wie geht's dir? 모� lowest ich habe einen arrived geschrieben die Welt wo auch ich fliege ich habe gewusst, Kremi ist verstorben Ne, also das wusste ich jetzt nicht das ist mir auch komischerweise ganz neu äh, mir ist das nichts Neues Ne, also ich habe mal ein See gefunden äh, mit nem Jungle ja mit nem Jungle im See das gibt es auch nur im Kino oder ein Terrarium das ist sogar ein Sidian in dem See wow das gibt es nur bei Tom der mit dem Anti-Hack der ist ein Feature meines Anti-Hacks 10 im Jungle Anti-Hack Productions hier habt ihr den wow, die Dornen hier sehen verdächtig aus wie ein Hakenkreuz weg damit wow wieso zerstörst du immer nur die zufällig generierten Werke dieses tollen Spieles ähm ich glaube die Entwickler wollen uns irgendwas sagen hm nein ich habe nochmal so eine Kiste gefunden im goldenen Raum ich habe nochmal den Tod gefunden ich habe nochmal den Tod gefunden Glückwunsch danke alter, was geht denn hier ab? Stefan fliegt auf ich weiß es nicht, was hier abgeht, Mann cool, ich kann Gras wachsen lassen auf Dreck geil PZ es braucht nicht mal mehr Maler was genau, wenn ihr das jetzt? X richtig und dann macht auch noch 20 Schaden wow, geil, sonst war das Schaden hier runterholen und das Fast Speed, ja, das ist definitiv nicht schlecht, der Dämmisch in der Macht ich habe mich nur gerade auf welcher Höhe ich mich gerade befinde aber ich gehe mir mal wieder nach Tja, blöd, dass du das Ding da abgelegt hast, ne? nein, was hier, dein Deathmeter, oder hast du den noch an? den könnte ich wieder anziehen, aber ich meine mit der Höhe eher, ähm, ungefähr, wo ich liege vom Dschungel im Verhältnis zu der maximalen Dschungelposition und Elongation der Amplitude was auch immer ja alle, die meinen, ich habe keine Ahnung, was Amplitude oder ähnliches heißt ich weiß es schon, ich labere nur absichtlich irgendwelchen Müll ja, natürlich ja, genau bevor mir irgendjemand sagt, du nimmst gar nicht, was Amplitude heißt du weißt auch nie, was Amplitude ist du kannst dir gerne erklären, wenn du möchtest ne, ich kenne es selber nicht ich will mir scheiße erzählen du willst mich jetzt verarschen, du weißt nicht, was Amplitude heißt muss ich das wissen? eigentlich schon ja, okay, ich weiß was habe ich das in der sechsten Klasse im Physikunterricht gelernt? äh, sechsten? ja, oder früher hat das irgendwas mit Strom oder so zu tun? nein okay, dann ich glaube, du blöbierst dich gerade ja nicht ablenken, Cleve Themawechsel okay er hat einen Anti-Hack geschrieben ha 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 okay, dann ich holze diesen goldenen Raum eiskalt weg, ey uuuhh mit Holz nö das hat gesagt, du holst ihn weg hö 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 NE, also ich bin bekannt für meine ultra guten Witze ach so, ja Prozent und ich kann auch immer als Anti-Witze er hat 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 dann wohl wohl für den Borg Stiftung mit sich das kann man so macht der mit dem Antill langsam nervt das Leben hey cool ich habe ein Herzkristall gefunden mit dem euch jetzt einfach mal nicht ab und in das Herz nicht mit doch und mit mir ich brauche es ich lasse ihn hier stehen ich würde dasselbe auch für dich tun okay das ist ein Argument ich gebe es Clemy was waren sein Argument ich habe es gar nicht mitbekommen nee das war nicht sein Argument das war dein Argument dass du das für mich tun würdest dass du das für mich tun würdest dass du für mich tun würdest ist es Clemy zu geben verstehe ich nicht ich habe gesagt gibt es nur hier das wäre das ist das was ich für dich tun würde ja ich weiß dass du es gesagt hast habe ich gesagt dass es Clemy geht aus sind durch wenn die Zoll stört er will mir das Gefühl die Männchen trocken können als uns wenn man die haben wenn man denn der Lauer oder wurde es jetzt in der Lieder was macht ihr für die Scheiße Prozent ich hab das Gefühl ich habe mir keine Reise so man sie möchte mit irgendwas Prozent komisch umbringen zum Beispiel der Bumarang oder so ich musste jetzt mit dem Bumarang wegschweißen und diesmal nicht mit dem Bumarang umhauen das ist schon in den Jahren ich habe immer noch nur eine ja ich hab nur vielleicht kann man die einfach nur nicht decken mein Inventars ganzes Zeit voll mein Inventar ist nicht voll ich hätte sicher gemerkt die Jungle Roses die findet man ja auch relativ leicht hier ich tue sie mal in Zukunft mit diesem komischen Stab den ich da gefunden habe umbringen Stab of Regrowth ich meine das glaube ich in deiner Mark mal durch die Gegend oh Gott es wir werden alle sterben naja die Wimpern und alle ich sterbe die ganze Zeit ist es auch zu wollen Prozent Alter wie viele Monter hier sind sehr viele Tore der hat ein gewonnen Legends getroppt jetzt wenn die tippe wollen den lebens gesucht was für die jenz oder aber das eine lebensersatz aus der anspruchs auch eine kobold griebe ist auch nicht auf die hausse der auf welche werte sechs die fernst du Slowly regenerate Mana also ohne Witz die weigern sich tatsächlich etwas gutes zu trocken ich muss sie mit so einem scheiß Bumerang töten wieso nimmst du nicht einen ordentlichen Bumerang? ja weil ich keinen ordentlichen hab klingt logisch ich muss hier irgendwie Holz runterkriegen wieso? das war vielleicht nicht so intelligent ach nicht so schlimm da unten ist auch gar kein Jungle mehr wir müssen weiter hoch das krepiert ihr ständig was macht ihr? ja wir hier sind 50 Bienen vor der Haustürmann das finde ich scheiße das finde ich scheiße da unten ist ein Man-Eater den muss ich eat ich glaube wäre er eatet dich nein ich eate Man-Eater die schmecken ziemlich lecker ok in die Kiste mit Hermes Stiefeln drin die nehm ich mal mit die verkaufe ich dann später beim Händler und zwei Golden Winsen das ist ja gar nicht assi oder so nö ach braucht ihr noch irgendjemand von euch? Quatsch es ist ja nicht so dass ich hier ohne Stiefel rumlaufe nö nö ich kann es ja wirklich verticken also ähm ich bin gleich tot ey heilige Kacke die Bienen machen schon einen heftigen Schaden nö ich habe eine Liane bekommen uuuh nein Clemi bringt Glück hey äh ich hab mich am Vorschlag du schenkst mir eine Liane und ich geb dir da für die Stiefel nein ey der Vorschlag ist gut da hole ich mir lieber noch eine seltene Liane und hab ein Ivy Ding ins so trocken die keine Liane, sag mal hast du den mit dem Bumerang umgehauen? ja ganz normal also ich bin hier schon zweimal hergelaufen man wieso zur Hölle nimmst du was Gold mit? warum nicht? da bringt sie dich doch nicht so ein Crapper ne ich nehme mal die Schatztruhe hier mit ja mach das ich hab dich schon leergeräumt hast du eigentlich schon eine Liane Clemi? äh nö glaub ich nicht gut da da bloß bei der Torschke da 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 ich bin da 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 und da ich bin ich bin die da und da geilen Gb ich gebe dir hier oben ich habe auch mein König ausweich der Läufe zum Jahr bekommt Prozent ich habe noch nicht nur um die Hand